Soll ein Helldemon mit Köcher und Bogen auf dem Rücken? Okay. Köcher? Ja, lass sie doch, die können auch immer Köcher anziehen. Oh, ne Höhle hier, nett. Also ich habe gehört, in so Welten wie dieser hier soll man als einziges Saphire und Rubine finden. Ne, habe ich auch schon woanders gefunden. Ja? Hm. Okay. Was machst du denn da? Ich warte. Gewaltig zu den Tisch oder was? Ja, du rushst einfach mal vor. Warum bist du denn so schnell? Ich bin geflogen. Auf was hast du denn Gleiten denn? Auf 5. Ja, ich habe das auf 4. So viel schneller bist du dann auch nicht eigentlich. Hey, da rechts die Pyramide. Guck mal auf die Map rechts von uns die Pyramide. Hä? WTF? Bist du's? Komm, guck mal nach, oder? Guck mal nachgucken. Das ist bestimmt ein Dungeon, der wie für uns gemacht ist. Ja, ich hatte ja nix, nur rote Gesichter und so. Hoch. Wow. Ist ja so an der Tür so ein fetter Totenkopf, wo so äh, so ein Gift-Symbol-Zeichen. Ja, sieht freundlich aus. Lass mal reingehen. Ja, es war nur rot, aber pfff. Alter, gigantisch. Sieht ja auch nochmal geil aus. Yay, das ist ja echt cool hier. Waren wir nicht schonmal in einer Pyramide drin? Nee, noch nicht. Ja, aber jetzt nicht in so einer, also in einer Maya-Pyramide. Ja, genau, in einer Maya-Tempel. Keiner Pyramide. Die sind und Orange plus 2. Orange plus 2. Komm mal gleich fahren. Ja, ja, du mich auch. Okay, ich geh dann mal. Ja, ich komm hinterher. Ich bin doch. Kein bisschen. Ich bin auch tot. Erstmal ein Pilz-Spieß reinpfeifen. What the fuck? Warum ist diese Bat Orange für mich? Macht da gar keinen Schaden? Na doch. 14 XP. Alter, leck mir am Arsch. Ah, das war ganz schön Party da. Ja. Ja, ich wurde gekillt. Ja, ich auch. Oh, die ist auch rot, die Pyramide. Ja, ja, wir finden natürlich welche für unser Level. Ja, alles klar. Lens of Landa. Landa. Ja, ich habe einen Undead gefunden, der rot-grün, keine Ahnung, was ich noch habe. Das. Lass dich in. Hier, weißt du, ich bin jetzt von der Pyramide bis hierhin geflogen, wo ich gerade bin. Seh dich noch nicht mal. Wenn du M durchst. Ja, aber das kann doch nicht sein, Alter. Ohne Witz, ehrlich. Ich habe ja vier und trotzdem nicht so weit. Aber bei weitem nicht. Auf was hast du klettern, Marcel? Auf fünf. Habe ich auf sechs. Weil ich das eigentlich ausgeglichen habe. Kann es sein, dass du vielleicht deine Stamina anders benutzt, weil ich drücke mal Leertaste, 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 Leertaste immer ganz kurz halt noch. Ja, ja, klar. Mach ich genauso. Ist ja auch egal. Was bringt das eigentlich kaputt gemacht? Ist halt immer, ist schade, dann läuft man mal so allein durch die Gegend hier. Ja gut, wir starten ja gleich und dann gleiten wir irgendwo anders hin. Muss ich halt ein bisschen, ja, egal. Also gerade bin ich auch direkt über dir. Gerade bin ich auch direkt über dir. Alleine kann man aushalten, glaube ich. Hm? Gerade bin ich auch direkt über dir. Warte, ich wollte mich noch healen. Toll, jetzt habe ich dich gehealt. Wo war nochmal hier so ein fetter See? Ja, irgendwo. Bei meiner verdurstete auch langsam. Könnte ich dem irgendwie nicht so eine Wasserflasche ins Gesicht schmeißen? Ja, statt ist aber ein Brunnen, da können wir die aufladen. Ah ja, gut. Aber das mit der Wasserflasche wäre eigentlich eine Idee. Ja. Aber ich könnte leider nicht mit dem Inventar ausrüsten. Cool, dann bastis Wasserwirbel rein, da müssen wir auch was trinken können rein theoretisch. Ja. Leider nicht. Ist ja magisch, das Wasser. Basti, etwas weiter links. Ihr habt halt aber auch ganz kleine Orientierungswierigkeiten, kann das sein? Ja, ein bisschen. Solange das Vieh noch kann, reite ich noch danach. Na ja, aber wenn du nicht reitest, dann verbraucht es auch nicht so viel Wasser, wie wenn du reitest, ne? Also kannst du auch zwischendurch ruhig fliegen, das macht nichts. Naja. Ja. Da ist die Stadt. Da ist sogar schon ein Brunnen von mir oben. Guck mal, jetzt kommen wir nach links. Ja. Nei. Hau mal, ich mir auch gerade ab. da hab ich den drehbruch geborgen hier ist eine hier ist das denn noch mal eine seerose drin eine seerose in dem brunnen die wohnt da dieser egel wohnt jetzt hier kommst du kommst du rein schön durchrühren trinken wir können noch wasserflaschen machen kann erst mal ein paar wasserflaschen hier machen wenn man schon hier ist doch hier wohnt er hier wohnt alter alter ihr doch habe ich gehört Aladin was Aladin und hier und Jasmin Seine Adler Frau und Genie Genie? ja China war noch mal China ha 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 die Erkennung war es gut als Leipzig Appel Rings Abwechslungs Goyen was geil ne ich hab die Schock ich hab gar nichts was du hast gar nicht er hat nichts Prozent das war ein paar keine besser als unser und ein Schock mit Donut haben schon. Look me! Alles Brot kaufen. So, erstmal alles verkaufen, was ich hier hab. Wie wenn man auf M drückt, wie einfach alles hier von dieser Stadt raus sticht. Grüne Bäume, in der roten Welt, Komplementärfarbe, alles Mögliche. Kackhaufen, Toilette. Spricht grad von dir, oder was? Was? Hast du von dir zuhause ne Map, oder was? Hä? Hast du dein Zimmer geschissen, oder was? Schlapper. Schlapper, du warst, oder was? Sag mal, wieso stinkt das irgendwie so in meinem Zimmer? Ohne Iron Lamp ne bessere. Die haben wir schon. Habt ihr schon. Hast ja auch nur von zwei Minuten schon gesagt. Ja, aber da hören ja diverse Leute nicht zu. Hast du schon. Lol. Äh, what? What the fuck? Alter, wer hat hier Minen gelegt, ganz ehrlich? Das war, ne, ich weiß nicht, was du warst. Basti, kannst du mal gratulieren? Wenn ich gleich von der Treppe falle, bin ich tot. Ja, ich bin grad am Verkaufen, Alter. Grad schlicht. So, was hat die denn hier anzubieten noch? Außer'n Donut hier. Hab ich so'n Schifffel? Alter, Adrian. Egal, ich kauf weiter ein. Ich kauf weiter ein. Könnte man den Ladenbesitzer töten, die hat grad getrunken. So, wenn wir mal, ich... Loll, vielleicht kann man die ja raus... Ich fülle mich nicht. Lass uns mal testen. Ich kauf verstärkt die Bomben kurz. Ich hab ne Bomben geplättet. Die verliert dadurch wirklich Leben, ne? Äh. Ist die Iron Lamp nicht besser als unsere? Ne, wir haben schon die Grüne. Okay, also, ja, ich sag nur, weil... Die Grüne ist besser, doch. Weil die hat halt zwei da, deswegen. Zwei was? Die hat halt zwei, ne? Normal-Iron Lamp und ne... Ne bessere bei mir. Jaja, die Grüne haben wir. Statt ner Wasser-Bottle. Ne, Butter-Bottle ist auch noch da. Achso, wenn ihr weiterleben sollt, dann sollt ihr jetzt aus dem Laden rausgehen, weil ich will was testen. Ne, bitte nicht. Oh, oh. Oh, oh. Der Händler ist tot. Alter, willst du mich verarschen, Johan? Der Händler ist tot. Geil, der Händler ist tot. Alter, willst du mich verarschen? Oh, yeah, der Händler ist tot. Geil. Alter, du bist so ne Nutte. Leute, wer steht denn hier? Ist das hier der Händler? Nein, der Händler ist tot. Nur fürs Protokoll, das war ich nicht. Wie, das warst du nicht? Marcel, der hat die Bombe geplärmt, nicht ich? Ja, ist klar. Ja, ist so. Alter, was seid ihr für hirnlose Idioten, ey? Ist unfassbar. Solche Spackos einfach nur, ey. Ich hab noch nicht mal nachgeguckt, was der für mich hat, für Rezepte und so. Irre Takte, was im Irre Takte? Ah, halt die Fresse, ey. Solche Spackos einfach. Was ist ein Irre Takte? Hey, da krieg ich echt nen Hals, ey. Ganz ehrlich. Abgefuckte Krippel, ey. Äh, hier, ich hab noch was für Zarananas. Naja, der kriegt gar nix mehr für die Zahnaß. Die hab ich aber noch, Cortons. Alter. Wird da jetzt schon wieder die Bombe geplantet? How up, yo! Yo, geh weg, Alter. Hier sind auch noch äh, Kapseln. Uh, Kapseln. Ey, hier hat jemanden Kopf verblieben. Ja, das hab ich da hingetan. Alter, Adrien, reicht langsam mit den Bomben. Ach, nicht mal in eurer Range, ey. Du standst doch genau neben Basti, oder nicht? Warum ist der Typ tot? Ich hab hier, hier hinten hab ich die hingemacht, guck. So, die kann ich schon mal benutzen. Ach, Quatsch. Ich hab grad die Blumen mit Basti verwechselt. Aha. Es sah um die Ecke genauso aus. Hm, das ist Linen alles. Leider 53. Hm. Ich hab nix besonderes, was brauchen wir denn den Waffen? Wo ist denn Waffen? Wo kann man denn Holz verarbeiten, da hin? Ah ne, ich brauch Metall. Wo ist denn Metall? Ah, da hinten. Wer Holz braucht, musst du nur sagen, ne? Ich hab Holz. Hm. 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 So, was haben wir denn hier? Wood Stuff. Kika, Koli, 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 Koli. Bracelet. Hm, das Dach hatte doch doch zwei 50er. Ähm, 45er. Iron Great Maze. Ja, sieht schon so aus. Loll, dafür braucht man so vier für den Doomhauer. Ist ja kacke. So, mal gucken, was ich mir jetzt craften kann. Wo ist denn das Crafting-Gebiet? Hier hinten, wo wir alle sind. Kannst du einfach einmal gerade durch, dann hast du alle... Ähm, Stände. Habe ich die Null gewählt, dass du dich meldest? Weiß ich nicht. Ja, eben nicht. Also. So. Können wir überhaupt schon resetten? Ne, können wir noch nicht. So. Hat jemand noch zehn Eisenblöcke hier? Ja, bestimmt. Ja, ich hab genau zehn. Huch, hier liegt noch ganz viel. Eigentlich haben wir den Wohnbau. Geil, da wird Schlagringe. Guck dir jetzt erstmal an. 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 Bam, bam, bam. Eigentlich immer gebaut. Ähm. Boah, scheiße. Ich hab grad mal 14 Leinen, Dinger. Silke, Silke, äh, Leinen. Gut. Ich hab auch nichts mehr. Brauchst du noch Gold, Basti? Braucht jemand Holz, oder was? Ne, ne, ne. Holz? Ne, erstmal noch nicht. Weil ich mir noch keine Waffe craften muss. Das ist Punkt sechs.